Herzlich willkommen zur Kreislaufphysiologie, mit dem Vortrag zu den funktionellen Abschnitten des Kreislaufsystems. Der Mensch ist eine sehr komplexe Spezies und das ist auch gleichzeitig sein Problem, denn der Endverbraucher auf der einen Seite und der Versorger auf der anderen sind sehr, sehr weit voneinander entfernt. Das bedeutet, die Organe brauchen für ihre Funktion Sauerstoff und Nährstoffe und gleichzeitig produzieren sie Abfallstoffe und CO2, das wieder weg muss. Die Lösung dieses Problems ist das Kreislaufsystem. Das Kreislaufsystem konstituiert sich aus verschiedenen Anteilen. Da hätten wir zum einen mal das Versorgungssystem selber, also zwei spezialisierte Kreisläufe. Wir haben einmal einen kleinen Kreislauf, das wäre der Lungenkreislauf, und dann haben wir den großen Kreislauf, das ist der Körperkreislauf. Und diese beiden Kreisläufe sind in Reihe geschaltet oder hintereinander gestaltet. Daraus ergibt sich natürlich auch, dass das Herzzeitvolumen, das die Lunge durchfließt, genau das gleiche sein muss, wie das Herzzeitvolumen, das den Körper durchfließt. Für dieses Versorgungssystem brauchen wir einen Antreiber, sonst bewegt sich da überhaupt nichts. Und hier haben wir zwei spezialisierte Pumpen. Zum einen das rechte Herz und zum anderen das linke. Die sind postnatal komplett getrennt. Das rechte Herz versorgt die Lungen und das linke Herz den Körper. Funktionell unterscheiden sich die beiden insbesondere durch die vorherrschenden Drücke. Darüber werden wir noch sehr viel sprechen, aber auch an dieser Stelle schon mal. Das Niederdrucksystem, also das in der Lunge und im Venösen-System, hier haben wir Drücke von 5 bis 25 mm Hg, wohingegen sich das Hochdrucksystem mit dem linken Herz und dem arteriellen Teil des Gefäßsystems dadurch auszeichnet, dass wir etwa Drücke von 100 mm Hg haben. Und ein weiterer wichtiger Bestandteil des Kreislaufs und damit der Lösung dieses Problems, der Komplexität, ist das Versorgungsmedium. Das ist die hochspezialisierte Flüssigkeit, nämlich das Blut. Und das Blut hat sehr spezielle Eigenschaften, wie zum Beispiel die Viskosität oder die Erythrozyten als Sauerstoffträger. Jetzt haben wir gesagt, der Kreisläufer vermittelt oder ist die Lösung dieses Komplexitätsproblems. Aber was vermittelt der eigentlich? Und da haben wir schon die Andeutung fallen lassen, nämlich Sauerstoff und Nährstoffe. Denn die Zellen haben Bedürfnisse nach Energie. Und um diese Energie zu generieren, brauchen sie Sauerstoff und Nährstoffe. Gleichzeitig fallen aber auch CO2 und Abfallstoffe an. Und all das muss entweder hin oder von den Organen wieder wegtransportiert werden. Und ganz wichtige Prozesse dabei sind zum einen die Diffusion und zum anderen die Konvektion. Die Diffusion selber findet statt beim Endverbraucher, also im Organ selber, wo die Zellen, die die Funktion des Organs übernehmen, sich befinden. Und beim Versorger, das heißt in der Lunge oder im Darm, wo die Nährstoffe oder der Sauerstoff aufgenommen werden. Die Diffusion bezeichnet letztlich die unmittelbare Aufnahme oder Abgabe eines Stoffes entlang eines Konzentrationsgradienten und läuft relativ langsam und vor allem über eine sehr kleine Distanz, wie Sie hier sehen, über 0,5 Mikrometer. Die Konvektion ist mittelbar, das heißt wir brauchen ein Medium, nämlich das Blut. Das ist ein sehr schneller Prozess und über eine sehr große Distanz. Was natürlich vonnöten ist, denn wir wollen ja die Nährstoffe, die hier ins Blut aufgenommen werden, irgendwie zu den Zellen, zum Beispiel im Hirn oder in der Leber bringen. Und dafür muss natürlich eine gewisse Distanz überbrückt werden. Und um zu verstehen, wie das Kreislaufsystem funktioniert, nähern wir uns über die Anatomie. Denn wie schon angedeutet, gibt es das Hochdrucksystem und das Niederdrucksystem. Und beide Drücke bedingen einen unterschiedlichen Bau der führenden Gefäße, also der blutführenden Gefäße. Dieser spezifische Bau spiegelt die unterschiedlichen Ansprüche und Aufgaben wider dieser Gefäße. Schauen wir uns zunächst das Lumen an. Man kann ganz grundsätzlich unterscheiden zwischen einem großen Lumen und einem kleinen Lumen. Große Lumina finden sich vor allem bei den Gefäßen, die konvektive Eigenschaften aufweisen, das heißt, die für den massenhaften Transport von Blut zuständig sind. Wohingegen die Kleinen eher dafür verantwortlich sind, eine kurze Strecke zu ermöglichen für eine effiziente Diffusion. Der nächste Punkt wäre die Wandstärke selber. Wir sehen hier bei der Orta 13 mm und bei den kleineren Arterien 2 mm und dann geht es immer weiter runter bis zu 20 Mikrometer und dann bei den Kapillaren nur noch 1 zelldick. Der arterielle Schenkel ist ganz grundsätzlich deutlich dicker. Warum? Wiegen den höheren Drücken natürlich, sonst könnten die Gefäße diesem höheren Druck überhaupt nicht standhalten. Warum das so ist, liegt in der Physik begründet, nämlich dem Laplace-Gesetz. Das schauen wir uns auch noch genauer an. Und ganz wichtig für das Verständnis der Gefäße und des Kreislaufsystems ist die Wandzusammensetzung, also der relative Anteil von Kollagen zum Muskel zu Elastin. Je muskelreicher, desto höhere Drücke können überwunden werden oder ausgehalten werden. Das Elastin ist für die Dehnbarkeit des Gefäßes verantwortlich und somit für die Compliance. Das heißt, die Verteilung, die relative Verteilung von Muskeln und Elastin bzw. Kollagen gibt uns einen Hinweis auf die Belastung des Gefäßes im Sinne von Hochdruck oder Niederdruck oder auch die Funktion Druckspeicher oder Volumenspeicher. Schauen wir uns vor allem den letzten Punkt noch mal genauer an. Wir sehen hier noch mal eine Abbildung, die sehr gut den unterschiedlichen Bau der Gefäße im Gefäßsystem, insbesondere in Bezug auf Hochdruck, hier auf der rechten Seite, und Niederdruck auf der linken Seite, kennzeichnet. Im Hochdrucksystem haben wir eine sehr breite Media. Das bedeutet eine sehr muskelstarke Wand. Das zieht sich hier auch fort in die muskelstarken Arterien und auch in die Arteriolen. Wenn wir das vergleichen mit ähnlichen Gefäßen vom gleichen Kaliber auf der Seite des Niederdrucksystems, sehen wir, dass die Media deutlich dünner ist. Dafür aber die Elastinschicht und der Elastinanteil deutlich zunimmt. Das heißt, im Niederdrucksystem finden wir deutlich niedere Drücke, deswegen auch der Name, und deutlich mehr Volumen. Was sich auch in dieser Abbildung ganz schön zeigt. Wir haben etwa 85% des Blutvolumens im Niederdrucksystem. Nur noch mal zum Wiederholen. In diesem Schenkel, dem venösen Schenkel hier in blau dargestellt, haben wir relativ gesehen relativ wenig Muskel in der Wand und relativ viel Elastin. Das heißt, diese Gefäße lassen sich gut aufdehnen. Die können relativ viel Volumen speichern. Wie gesagt, 85% des Blutvolumens. Drücke, die hier herrschen, liegen zwischen 0 und 30 mm Hg. Der arterielle Schenkel, hier in rot dargestellt, verhält sich anders. Hier haben wir muskelreiche Gefäßwände, die relativ arm an Elastin sind. Sie müssen hohen Drückenstand halten und können relativ wenig Volumen aufnehmen. Nur 15% des gesamten Blutvolumens. Die Drücke, die Sie hier finden, liegen zwischen 30 und 120 mm Hg. Die Drücke, die Sie hier finden, liegen zwischen 20 mm Hg. Vielen Dank.